Ja, herzlich willkommen, ihr seht es schon, wir sind hier wieder auf einem Minecraft-Server. Und zwar ist der andere ja gelöscht worden, weil ich mit denen vom G-Portal in Konflikt gekommen bin. Und ja, ich und MC Disaster haben uns jetzt gedacht, wir fangen einfach mal an hier unsere Hütten zu bauen. Dazu ist zu sagen, das hier ist MC Disaster, man sieht ja da hinten mit Bauen. Und das ist ja auch nicht gerade schwer zu erkennen, dass das meine Hütte ist, weil ich meine, man sieht es ja an den Redstone-Spielereien, die da schon wieder gebaut worden sind. Ja, wir haben Offscreen hier mal ein bisschen losgebaut. Ihr seht es bei MC Disaster, ist jetzt zum Beispiel im Keller auch schon ziemlich viel Boden und so verlegt. Ich habe mal eine ganze Nacht durchgezockt, deswegen ist mein Haus auch schon ein Stückchen weiter. So, ja, ich habe jetzt mal gesagt, wir schweben uns heimlich an MC Disaster an, beziehungsweise da heißt der Herr Paige. Und gucken uns doch mal diese hübsche Dame an. Hey, das ist mein Haus! Ja, und von hinten schaut sie so aus. Wir können hier Hütten so ein bisschen am Arsch kratzen oder so. Hey! Ja, MC Disaster habt ihr ja schon gehört, der kann ja auch, wenn er will, mal seinen Zenfster zugeben in Form von seiner Begrüßung. Ja, ich hoffe, es gefällt euch dieses schöne Video. Ja, bauen wir da halt irgendwie rum, lassen wir uns am Arsch kratzen. Und ja, im Moment stehe ich da drüben doof in der Gegend rum. Der Server leckt wieder. MC Disaster und der leckt den Server. Du könntest deine Handy ja auch theoretischerweise hier anstecken, indem du das rote Ladekabel aussteckst und dann könntest du dich auch mir mehr annähern. Und ich schwebe hier gerade irgendwo... Alter! Das würde ich doch nicht sagen, wenn ich nicht mehr annäher. Das... ja. Der Blue-Stick-Player leckt bei mir schon wirklich blöd, ey. Schau mal, pass auf. Wo wäre das weg? Ich mach gar nichts und der schwebt weiter. So, zurückschwingen. Das schwebende Lärmmer. Ja. Nie. Und klaut sich natürlich erst einmal einen großen Schluck meines Krabas. Sch, sch, sch. Ich will dir bloß helfen, dass... So kann man doch nicht aufnehmen, Mann. Ich will bloß helfen, dass dann eine Tasse schnell mehr leer wird. Ja, Leute, ihr seht, das ist gar mein Desktop, weil ich mal hier kurz... Ich hasse diesen Laptop. Ich will vielleicht sagen, dass der in anderen Anricht ist. Aber volle Elle. So, mal schauen, ob jetzt die Leistung ausreicht, um weiter zu bauen. Und mir hier alles nassgeleckt. Und baut hinten ein Gras drauf hin. Ich brauche keine Grasplantage, die hat ja im Südesaster und schon so ein Haus. Noch nicht, die kommt noch. So, jetzt wollen wir erst einmal den Regen wegmachen. Oh ja, bitte. Ich würde sie ganz pein. In den Haar. Und hier aus Geisterhand hat es das Regnen auf. Ja, sorry, juhu. Dann wollen wir mal die Zeit auf Hellstellen. Spezialbegriffe eingeben. Macht Spaß. Ich glaube schon, das ist hier, dass ich brauche. Und wenn wir dann schon dabei sind, halten wir auch gleich die Zeit an. Oh. Ah, toll. Jetzt gibt es gar nichts mehr. Du hast die Zeit angehalten. Schreck, Moment, in letzter Sekunde. Ähm, ja. Hier runter. Dann zeige ich euch mal wieder meine Spielerei. Wie sie es die meisten Leute immer so schön nennen. Dabei mache ich hier nur eine ganz normale... Hast du jetzt das Regen auf, du trägst hin? Dabei brauche ich hier nur eine ganz normale Redstone. Ich schalte den Hebel um und... Es dauert einen Moment. Und auf einmal springt das Licht an. Wie immer halt mit meiner schönen Spielerei. Juhu. Entschuldigung. So. Huch. Das ist mein Haus. Oh, entschuldigung. Ich gehe ins Bett. Nimmst aber deine Blöcke mit. Hier ist übrigens sehr, sehr dunkel. Also im Dunkeln muss ich gut munkeln. Und jetzt baue ich da schon oder irgendwas, weil das scheiß Laptop leckt. So. Chin, 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 chin. Und an. Man kann auf Disco... Das ist schon ziemlich duster. Man kann Disco machen. Jo, Disco! Ja, was für nett. Mach Disco. Hallo, das leckt hier bei mir, ne? Ich hasse diesen fucking Laptop. Wohl, wie hat er bei GTA wäre. Fucking fuck, meine fucking fucker. Und dass wir es keine 800 Mal schaffen. Innerhalb von 15 Stunden Schlussspaß oder so. GTA. Rockstar sind die sehr unanständige Menschen. Wenn man die ganzen Niestest bedenkt, ja. Und es gibt ja eine Fremde und Freaks Mission, da geht es richtig zur Sache. Okay. Und jetzt müssen wir es vielleicht genau noch fotografieren. Ja, Leute, ich hatte mir jetzt eigentlich einen anderen Skin erstellt. Aber da meinte dieser scheiß Skin Editor wieder mal, mir meinen Skin nicht zu speichern. Eine Stunde von Arsch-Auer gemacht. Alter, jetzt darf ich da nur vorschwinden, weil ich so ein paar Meter nicht schaffte zu bauen. Speedbuilding. Ja, das hätten wir damals machen können, wenn er von drei Stunden in einer BWR-Rinn hochgezogen hat. Das war Speedbuilding. Speedbuilding ohne Zeitraffer. Das ist wahrscheinlich wegen dem Gelegge von dem Laptop. Der leckt das Gras weg. Müssen wir jetzt auch Gras weglecken? Nein, für uns reicht es, wenn wir nicht groß sind. Wo wir da schon wieder werden. Oder machen wir das anders? Da habe ich eine bessere Idee. Ja, jetzt geht es an die interessantere Sache. Und aufgefallen ist mir das halt hier, weil ich hier mein Dach nicht weiterbauen konnte. Da ist mir das aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn ich das Dach nicht machen kann, dann baut ich halt auch in die Fassade weiter. Dann hat es ein komplettes Rocken hochgefallen. Das ist G-Portal. Herzlich willkommen bei G-Portal. G-Portal. Was kann guter Hosting-Provator ist. Bin ich froh, wenn die Server endlich auf meinen eigenen V-Server installiert sind. Sie können das vielleicht nicht dauernd installieren. Alter, meine Schnauze. Das ist mein Server. Wo wir da bei Page waren. Diva-Placement. Nein, du hast ja nicht nur Divas. Weibliche Superstar-Placement. Das hat sich so behindert an. Ja, aber echt, Alter. Da hat sich wie wie immer was nichts Gescheites ausgedacht. Divas Division war mir immer noch am liebsten. Nicht die weibliche Superstar-Devision. Das hat sich so behindert an, Mann. Nein, jetzt ist es die Frauen-Revolution. Frauen-Revolution. Meine Wrestling-Kollegin überhaupt nicht sichtbar. Sie spielt gerade Bodenverlegerin. Ach, sie hat ja einen neuen Nebenjob. Fliesenleger. Neuer Nebenjob. Außer ich wäre ein Server, dann wäre ich der Fliesenlecker. Kann nicht jeder Elektriker Sascha sein. Oder Stapelfahrer schadet. Was denn? Sie kriegen Ihre Familie hoch zu Stapel. Und der Stapelfahrer doch ganz passend für Sie. Ja, ihr könnt mir jetzt schön zuschauen, wie ich meine Elektronik verlege. Das heißt, ihr könnt die Juretoschweiße, ihr könnt mir sowas nachbauen. Wobei, da kommt, ernsthaft, ich habe einen Verstärker-Überschriftung gebaut und jetzt schwebt er. Ich muss dann plötzlich das nochmal wegtun. Um dann einen Verstärker reinzuklatschen. Der sollte da ja eigentlich nicht hin. Ja, der ist viel am Platz gewesen eigentlich. Ja, man kann nämlich mit Hilfe dieser Verstärker wahnsinnig viel auf solche Server machen. Und was Redstone betrifft, bin ich ungeschlagen. Ja, der soll kummer, den hat denn den Stampf in Bordeneider hoch. Dann zeige ich mal, wie man Redstone verlegt hier. Ja, auf diesen Server wird es übrigens so sein, dass wir hier extrem ins Detail gehen, was die Gebäude betrifft. So, dann wollen wir die ganze Schaltung nochmal testen. Testen. Schaut doch gut aus, kann man doch so lassen. So, dann können wir jetzt den Hebel nicht betrifft. Jetzt wird es auch höchstwahrscheinlich viele Sachen nicht geben, die es im anderen Server gab. vom Gebäude her. Und es wird hier auch Sachen geben, die es beim anderen Server nicht gab. Und wie schon gesagt, die Gebäude werden hier sehr fein gebaut. Okay, schaut gut aus. Ich muss das jetzt immer hinkriegen, dass ich das komplett sehe. So, und jetzt wird... Ah, jetzt sehe ich es komplett. Ah, kann man so lassen, das ist definitiv gut. Gebäude geworden, wieder diese Schalten. Passt. So. Weiter geht's zur nächsten. Elektronik. Ja, ihr seht es ja auch allein schon an der Bauweise der Gebäude. Mit Außenwand, Innenwand, Kellerfenster zum Beispiel bei mir. Mit dieser Zwischendecke, das ist alles extrem ins Detail gegangen bei diesem Server. Das wird generell so sein, deswegen wird auch auf diesem Server der Fortschritt sehr zäh und mehr langsam sein. Aber dafür sind die Gebäude dafür umso cooler danach. Und ich wurde dann gar nicht fähig gefunden. Ich baue da hinten einen Plotz hin und jetzt auf einmal wird das Gitter hell. Ach, viel zu scheiß. Lecker da hat mir die Elektronik. Ja, wenn mein Bogen geht, wahrscheinlich wird sie Hälfte durch. Äh, ey. Muss mal schauen, pass mal auf. Ach, verdammt, jetzt bleibt zu hell. Gerade eben, wo ich hier gebaut habe, ist das Gitter auf einmal hell geworden. Okay. Normalerweise müsste ich verpunktet werden. Ich setze jetzt 20 an. Ja. Ja, das ist alles, was ich heute habe. Ja. 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 Ich sag da drunter, May the Force be with you. Hm. Dann müsst ihr euch eigentlich perfekt verstehen, weil... Dann frage ich mich, warum dieser Termine negativ hat, der laufen ist. Weil das ein Opfer ist. Weil das ein Opfer ist, so gelb wäre ja nicht zu fassen. Wann hast du uns gelb gegeben, kannst du andere sitzen lassen. Ich mache es anders. Bei dem Raum mache ich es jetzt anders. Das ist sozusagen der Heizungsraum. Da braucht man eigentlich nicht so ganz viel Beleuchtung bei einem anderen Raum. Deswegen werden wir es jetzt hier so machen, dass wir hier hinten. Da. Da. Könnte ich ja anfangen. Aus Liebe zum Detail. Ja, das ist doch Zwang für die Herste, dass das Fläche abgedeckt sein mit Boden. Da sind gleich weiter anfangen mit einem Mauer noch zu ziehen. Da haben wir die Treppe im Scherwachsen. Dann haben wir die Treppe bereits gebaut. Und dann machen wir die Planken. Dann müssen wir die Glowstones verlegen. Langweilig. Ich bin da so Reston versessen wie du. Natürlich. Ich kann mich mit diesem Kram verändern, dass ich mir sofort da irgendeinen Fake-Elektriker an mir an deinem Haus rumfuschen lasse. Leute, ihr habt es jetzt gleich mitgekriegt. Ihr habt euch beleidigt. Das ist Diskriminierung. Dikriminierung. Nein, eigentlich nicht. Hey, ich bin hier eine Hobby-Elektikerin, okay? Aber ein Wort ziemlich groß geschrieben. Das Langka Schellmer kriegt aber mit. Hey, das ist... Das ist meine Haut. Ich glaube, das hat sie damals auch zu Bonikita gesagt. Das ist meine Red Haut. Die weiß auf jeden Fall, wie sich der Boden fühlt, wenn Redstone draufliegt. Finde ich errüttet. So, das geht hier weiter. So, das geht hier weiter. ... 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 Sogar durchs Netzerportal durchgeschieden Und bist vorne an der Spitze gewesen Jetzt schaut doch gut aus Jetzt schaut doch gut aus Und bei sowas zu machen Könnte man jetzt ganz gut einen Schwerkraftnot gebrauchen Wie schon gesagt Unten die ersten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke wegreißen Und dann würde die ganze Sache In sich zusammenstürzen Dann hätte ich die längste Zeit einen Krankheit gehabt Dieser Moment Wenn man eigentlich An so einem Ausweiter bauen möchte Oder eigentlich an so einem Haus gebaut hat Und irgendwie Durch Irgendwie ein Thema Auf einmal dann doch was anders macht So Deswegen bleib ich selbst Du bei meinem Haus Also schauen wir es nämlich Weil das Video zu Ende macht Eventuell Mein Boden vielleicht zu kriegen Ich hab dann auch mal Ich hab dann auch mal einen Let's Play Ich hab dann auch mal einen Let's Play Ich hab dann auch mal einen Let's Play So 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 würde der Kern ausschauen Und wenn man dann noch hergeht, das ganze gelb umwandelt... Hobbylosigkeit! Nein! Und du bist abgestürzt! Hast du doch nicht gelesen, dass ich aus der Welt geflogen bin? Nein! Wieso? Jetzt spielen wir uns das an, weil... Dann hast du dich halt gerade noch frei... Ich werde nur noch ein Stück zubauen müssen! Haha! Bist du überhaupt nicht mal auf dem Weg kommen, sowas zu bauen? Ey! Und so jetzt bis ganz oben bauen! Haha! Eubi! Let's Play präsentiert der Kran! Sei der Kran! Und jetzt, wenn der Schwerkraftbund drin wäre, würde alles in sich zusammenstürzen! Na, ich bin jetzt ja auch soweit fertig, ich hab hier bereits immer noch mit Knackchen weg, so kleine Friere! Boah, ich glaube, ich baue euch wirklich irgendwo so eine Baustelle hin, ne? Mit so einem halbfertigen Gebäude! Und da bauen wir einen Kran hin und so, und das lassen wir dann so! Haha! Wusch! Spätestens jetzt, wo alles zusammenstürzt! Dieser Moment wäre jetzt dann jetzt seine Sache, die mir aus Spaß gebaut hat, wieder abheizen musst! Ich hab jetzt auch nur noch eine Reihe, dann bin ich fertig mit meinem Boden! So, der letzte Stein. Völlig. Mein Boden im Ketter sei fertig. Alter, ich bin da ja ein Block an meiner Fassade. Ich hab schon mal Rejo. Gleich fehlt mehr, wenn nicht, wenn ich Wendwerbecher. Dann fehlt sowohl bei dir als auch bei mir was. Ich hoff's noch mal nicht. Ich hoff, dass es gut geht. Was ich grad mach. Ich bin nämlich zufrieden, den Kran einzeln abzureißen. So. Dann wollen wir mal. Und hoffen, ob das gut geht. Ich hab dir unten schon sicherste Maßnahme getroffen. Teilt aber gut aus. So, nochmal die restlichen Teen Teaser. So. Leider kann man da nix runter draufen. Sonst würd ich's machen. Möchtest du so vor Q drücken? Ja. Doch, es hat geklappt. Ich müsste irgendwo unten zum Feuerzeug rumliegen. Ich hab da mein Feuerzeug runtergedroppt. Ich muss jetzt irgendwo in dem Feuerzeug rumliegen. Irgendwo hier ungefähr. Da in dem Bereich. Hier irgendwo. Ich muss mal suchen. Dann wo ein Feuerzeug hingeflogen ist. Irgendwie kann man auf einmal wieder Sachen droppen. Geht das mit TNT auch? Ja, hier ist aber nix angekommen. Oh, boah. Das ist komisch. Ist das jetzt einfach und werde explodiert? Ne, oben. Der Rest ist noch da. WTF? Baaack! Cool, warum ist jetzt anders. Warum setzen wir mal so, wie sich das Lasta das vorgestellt hat. äh, unlustig was? ja? ja? also MC Disaster hat sich vorgestellt? nein, das habe ich mir nicht vorgestellt so wie das jetzt hier unten entstanden ist, das hat sich MC Disaster nicht vorgestellt deswegen habe ich mir auf MC Disaster sofort mit dem Aufbauarbeiten gegeben die Leute gehen jetzt runter, oh, da so, somit ist der Kran wieder in Luft aufgelöst so, schauen wir ihm mal beim Auffüllzug so, genau, äh, zuzuschauen kannst du auch mitmachen Jay, magst du das wunderbar? ha, ha, da hat er nebengebaut ha, ha, da hat er nebengebaut ha, ha, da hat er nebengebaut ich glaube, du würdest wirklich Gold spielen, oder? na, jetzt ist das naja, dann würde ich das so machen nicht ja, das war mir nicht gut Also wenn man in MC Disasters Haus will, dann schaut das ganze so aus, Leute. Passt auf, wenn Leute hier wo. Ich bin ja noch nicht fertig. Treppen und Eis, komm erst in das Haus, weil es fertig ist. Oh, jetzt haben wir genug Scheiße gebaut. Niemals. So, dann hätte ich gesagt, dann bauen wir doch wirklich mal einen Kran hier. Aber nicht so wie die debberten Bauarbeiter, die in der Nähe von mir eine Baustelle haben, die den Kran mitten in die Baustelle einstellen, dort wo das Haus gebaut werden soll. Und der im Endeffekt jetzt mitten im Haus drin steht. Ich frage mich, wie die den irgendwann mal wieder wegbauen wollen. Ja, die Freunde drängt sich mir auch auf. Wahrscheinlich gar nicht. Der bleibt wahrscheinlich dann verewigt da drin. Die nehmen auch TNT und springt wieder. Und dann kannst du das Haus neu bauen. Und dann kannst du das Haus neu bauen. Das ist ja dann irgendwie gesagt nicht unser Problem. Definitiv, genitiv, dativ. So. Das ist ungefähr die Höhe, wo der Mann eigentlich dran kommt. Aber ich glaube, das ist so richtig gebaut. Wenn ich gerade eben den Regen weggeziehen, dann regnet es schon wieder. Gut. So, jetzt dürfte sich nichts mehr tun, äh, regentechnisch. So, dann wollen wir auch mal den Kahn hochziehen. Jetzt fragst du jetzt, wo hat die OP? Ja, da ist das Kies. Was passiert, wenn die OP ist? Es entsteht ein Kahn. So, dann können wir das Kahn hochziehen. Die OP macht gerade komische Geräusche beim Schlafen. Okay, das funktioniert. Ich glaube, da ist ein Kahn einfach bloß. Jetzt müsste man sie anstupsen, dann würde es wieder prrrr machen. So, man kann ja zumindest erkennen, wie man bei mir ins Haus reinkommen soll. Jetzt sind die Zuschauer wegen dir neugierig. Ich glaube nicht. Und jetzt denken sie sich alle, Mensch, warum fliegt er da rüber? So. Und dann braucht die OP möchte den Kahn auf. Dann fliegt er nicht rüber. Ah, seht ihr es, hier in der Ferne. So. So. Das nächste Mal, kurzer Schwing. Das ist ja nicht. So. Das ist ja nicht. Aber das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Aber das ist ja nicht. Ich habe, glaube ich, gar ein Fail da angebracht. Nein, wieder. Ahaha. 語introdu, genau. Es wäre vielleicht н ولا. Kennt ihr das? Vielleicht könnt ihr구요 selber Katzen? Könnt ihr 소립en Sie erteilen ... Könnt ihr gerne mal die Kommentare dann schreiben, ob eine Katze das auch so ist, wenn man sie anstupst, damit sie ... So, als wenn sie gerade mit was anderem beschäftigt sind und du es einfach mal so anstopfst. Und sie nicht merken, dass man ankommt, um es jetzt anzustupfen. Aber... Das ist ja, dass deine Katze gerade einen Kalkartenmodus eingeschaltet hat. Warum? Nein, es hat sich verwandelt. Von einer EKH und es ist auf einmal eine... ...nawebische Love Katze. Ach, ist die da rein und er raus, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo war er hin, das. Ja, Leute, hier habt ihr sozusagen ein Tutorial, wie erstelle ich einen Kran. In Minecraft. Das Video geht bestimmt schon Minimum eine Stunde. Stimmt. Aber es gibt ja diverse Leute, die... Meier ist ein Futtertippo. Es gibt ja Leute, die stehen auf lange Videos bei mir. Ich habe da jetzt schon einen oder anderen Zuschauer, der mir auch privat geschrieben hat, dass er mehr sehen möchte von diesen langen Videos. Ich benenne ihn zum Beispiel mal einen Homeboy, oder wie er ein Ding heißt, in YouTube, GTA irgendwas, GTA Rapper oder so. Gerne könnt ihr natürlich auch mal bei Calvin vorbeischauen, dann werde ich in die Beschreibung packen. Und ihr könnt auch bei MC Desaster auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dann wird auch in die Beschreibung gepackt. Und ihr könnt mir ja schreiben, wenn ihr selber Let's Player seid und gerne mit uns zusammen hier auf diesem Server. Let's Playen wollt, dann könnt ihr uns doch auch gerne anschreiben. Schaut es einfach in die Kommentare. Denn zwei Plätze werden ja noch frei. Die haben natürlich auch den Vorteil, dass diese natürlich, wenn die mit uns diesen Server aufbauen, für den später, wenn dann später mehr User drauf können, haben wir natürlich den Vorteil, dass die dadurch von Anfang an dabei sind. Und wenn dann später mal mehr User drauf sind, eben auch die Möglichkeit haben, Admin zu werden. So, somit hätten wir schon mal die Grundstatik. So, jetzt müssen wir da wieder runterfallen. So, mache ich das jetzt ganz einfach. Ich gehe jetzt hier... Na, komm. So, das ist natürlich mal wieder gerade ein typischer Fall von Let's Fail gewesen. Wir fallen immer noch! Aufzug! Aufzug bestimmt! E-T-A! So! So... Juuup... Juuup... Vielleicht kommt der Aufzug... Juuuup... Bing! Sie haben ihr Ziel erreicht! Ihr Ziel liegt 500 Meter unter Ihnen! Fail! Bitte wenden! Meistens noch bei der einen Mission in GTA, wo du mich mit dem Tastenkombination lotsen konntest, und dann die Tasten hundertmal gedrückt hast, und ich dadurch so durcheinander kam, dass du mir dann bitte wenden machen musstest. Und du so... Was? Das gibt es auch? Bitte wenden! Und wo wir in Dortmund waren, ich so... Ihr Ziel liegt auf der rechten Seite! So... Und wieder runter! Bong! Oh, wir haben schon dritte vor elf! Läuft! So... Ja... Ich beschäftige mich gerade, falls es irgendetwas interessiert... Oder viel zu beschäftigt es gerade bei EOBs... Plan... eines Krans hochzuziehen... Aber falls es einen interessiert, was MC Disaster in der Zwischenzeit macht... Er zieht sich im Moment die Decke über den Kupf... Und ich meine damit, dass ich da gerade die Decke mache, äh... an meinem Keller... Genau da, Leute! Genau da, Leute! Hey, schau her! Pschung! 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 Ja, heimliche Spionage! NSA! Höh! Let's... Fuck! Das war ein Bug, habt ihr gesehen? NSA kostet auf dich! A Befehl! Mit einem heimlichen Spionage erfolgen! Aber... Wie pflegte es schon, eine berühmte Bundeskanzlerin, äh... in Deutschland zu... erwähnen? Nein, wir wollen hier keinen Namen nennen! Äh... 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 Man, die Russlandfälle heutzutage sind schon schlimme! Ja! Auf jeden Fall, eine berühmte Bundeskanzlerin von Deutschland, erwähnte mal zu... erwähnen! Sie pflegte zum Fahren? Ja, das wollte ich eigentlich erwähnen! Äh... Dann pflegte sie zu sagen... Man spioniert keine Freunde aus! Du hast ja verdient, Merkel! Hahaha! Oh, wie wir die überhaupt nicht leiden können! Das Beste, was Angelika und Merkel in ihrem Leben machen könnte, die aller allerbeste Entscheidung, die Daddy sogar befürworten, sie legt ihr Amt wieder! Es gibt noch eine, äh... Entscheidung, die ich befürworten würde! Was denn? Kriminelle Ausländer abschaffen! Also abschieben, weißt du? Stimmt, da wäre ich auch dabei! Wir haben ja nichts gegen Ausländer, ne? Versteht uns das jetzt bitte nicht falsch! Aber es gibt einfach welche, die müssen nicht unbedingt hier sein! Wie schon gesagt, kriminelle Ausländer zum Beispiel! Gut, aber da würde ich auch die deutschen Ausländer abschieben, äh, in irgendein Land, wo Krieg herrscht oder sowas, weißt du? Wir haben ja auch in Deutschland zum Beispiel kriminelle Leute! Ja schon, aber die in Deutschland kriminellen Leute, die kann man nicht abschieben, weil die aus Deutschland kommen! Ja, aber die würde ich zum Beispiel... Aber die würde ich zum Beispiel... Die würde ich zum Beispiel in solche Länder schicken wie Afghanistan, weißt du, was die mal richtig mit Krieg zu tun haben! Glaub mir, die wären nie wieder illegal! Weißt du, wie das hier in Deutschland richtig geil wäre? Wie in Amerika diese Bootcamps! Kenn ich nicht! Das sind so eine Art Erziehungslager! Ah, okay! Auf militärische Art gedrillt! Oh yeah! Das wäre geil für solche Scheiße! Besonders die, die nie beim Militär waren! Wie zum Beispiel ich! Ähm... Für die wäre das richtig klasse, wenn sie irgendwas anstellen! Straffälliges! Die würden dann erstmal nie wieder was Illegales anstellen! Ja, oder irgendwelche richtig brutalen Sachen! Weißt du, dass die irgendwas Brutales machen müssen? So Steinbrüchen arbeiten oder... äh... Unter Tage arbeiten oder sowas? Da würde ich jetzt sagen... So was richtig Hartes! Im Zweifel für den Angeklagten kommt auf die Art und Weise des Verbrechens an! Ja... Man müsste solche Leute richtig hart mal richtig... Äh... Äh... Mal wirklich was das betrifft richtig harte Strafen vorgeben! Weil das... Es sind einfach zu viele... Die so Scheiße bauen halt! Weißt? Ja... Da wäre ich sogar teilweise sogar dafür, ne... Dass... Für solche Sachen wie Mord oder so, ne... Vielleicht sogar die Todesstrafe in Deutschland angeführt werden soll! Ja... Vor allem... Dass die... Dass die sehen, was die anderen Leuten angetan haben! Was ist lebenslängig Brüchen? Ich meine... 25 Jahre im Nassdorgen! Jetzt lass das mal in so einem jungen Sportler sein, der 25 ist! Dann kommt er mit 50 raus! Und muss nicht immer mehr wirklich viel arbeiten! Und... Und kann chillen, weißt du? Ja... Besser ist es dann bei den Leuten mitbekommen! Infländig mit anschließender Sicherheitsverhabung! Weißt du, ich kenn jetzt zum Beispiel den Fall, ne... Bekannte von mir wurde von einem ermordet! Und, äh... Der hat sie sogar noch im Nachhinein vergewaltigt! Und, äh... Der hat auch, glaub ich, nur 10 Jahre oder so bekommen! Also er müsste jetzt demnächst wieder rauskommen! Und da wird es jetzt eben... Ist jetzt eben die Sache! Da geht es wahrscheinlich vielen Leuten, wie genauso wie mir, die gegen ihn ausgesagt haben... Dass sie Angst haben, dass derjenige... Was solche Leute losgehen wird! Ja gut, da muss ich jetzt... Äh... Da muss ich jetzt... Äh... Zustimmen! Es ist auch nicht gerade dritteln, was da die Regierung teilweise mit solchen Leuten macht! Äh... Ja... Let's... Reden! Na gut, ändern kannste daran leider nichts! Es ist nochmal die Regierung, die da... Mehr oder weniger... Irgendeinen Scheiß braucht! Die Regierung hat ganz klar Fassaut! Die Regierung hat ganz klar Fassaut! Die Regierung hat gesagt, dass sie gegen den Moment... Ja, aber gut... Wie schon gesagt, wir können da nichts dagegen machen! Weil auch der Mörder von meiner Stiefmutter... Das darf jetzt bald wieder rauskommen! Weil das ist ausstockfrei jetzt hierher! Schließlich bin ich schon 28, das heißt... Es ist schon mindestens 10 Jahre her, dass es ist! Weil damals war ich noch mit der Ausbildung... Die Ausbildung... ... wenn die Ausbildung... ... die Gebrachtung beendet... ... 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